Und unsere Koop-Serie mit Halo geht weiter und zwar mit Halo 2 und natürlich mit dem Budo. Es geht ab, Leute. Und Halo 2 ist natürlich nicht annähernd so alt wie Halo 1, aber die ganze Zeit dazwischen haben wir schauen erstmal in die Zwischensecken. Die Leute brauchen Hildenschiff. Gebt ihnen Hoffnung. Also lächeln. Okay? Solange wir noch was zum Lachen haben. Da merkt man schon leichten Unterschied zum Choring-Teil von der Spion. Von Chewbacca. Das ist ja ein richtiger Auflauf. Wenn Sie mich auf Knien sehen wollen, muss ich Sie enttäuschen. Sind Sie sicher? Krass, dass ja alle Deutsch können, ne? Aber echt, ey. Das ist halt Universalsprache. Meine Herren, wie schön, dass Sie zurück sind. Was ist das für eine geile Klappregelung? Sprechen Sie, Cortana? Es rührt sich was, hier. Nae Io. Untersuchungen laufen schon. Mir leid, aber wir müssen hier Druck machen. Ziemlich was anderes gewöhnt ist. Vielen Dank. Sergeant Major, das Kreuz der Kolonien wird für großen Wagemut und Hingabe verliehen. An einen Soldaten des United Earth Space Corps. Das nenne ich absolute Ketzerei. Er soll für alle, die unsere Allianz sprechen, wollen ein Backspiel sein. Commander Miranda Keyes. Ihr Vater handelte stets im Einklang mit den höchsten Traditionen des Militärdienstes. Ja. Seine beispiellose und große Tapferkeit hat ihm und der UNSC höchste Ehre gemacht. Die Navy hat einen der Besten verloren. Du bist denn für ein Nacktmulch? Ja. Alter. Ohne die Rüstung. Ja. 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 Sie gehen ans Mapgeschütz, Cortana. Sobald Sie in Reichweite kommen, Feuer frei. Mit Vergnügen. Irgendwas stimmt nicht. Die Flotte, die Reach zerstörte, war 50 Mal so groß. Sir, noch mehr von denen. Enter-Schiffe, eine Riesenmenge. Sie wollen unsere Mapgeschütze ausschalten, damit Ihre Schlachtschiffe die Erde angreifen können. Master Chief, Station verteidigen. Ja, Sir. Ich baue eine Waffe. Gleich hier. Alter, er weiß nicht, wo die Waffen stehen. Was ist das denn für ein Typ? Da hängen mir jetzt ziemlich harte Katz hier, oder? Jo. Und wie sieht das nicht aus, wenn ich auf irgendwas drauflaufe? Ich... Hahahaha. Uuuuuh. Wo gehst du denn hin? Alter. Klappst du. An alle, besetzt die Kampfstationen. Sieht auf jeden Fall deutlich besser aus. Äh. Weißt du, wie viel jahre Unterschied das hat? Boah, weiß ich nicht. Alter, der Stuhl bewegt sich? Ich wiederhole. Nee, runter. Alter, wie kärle ist das denn? Nee, runter springst du aus ne Wache automatisch. Äh. Nee. Ach, da ist jetzt. Ich hab auch nur eine. Ah. Oh, lol. Ne MP und ne... Zunge mehr. Die sind eingeklinkt. Gut zielen und auf Gegenfeuer achten. Die sind in Standardformation. Die kleinen Bastarde vorn, die großen, hinten. Viel Glück, Cairo. Der teleportiert sich nicht mehr zu dir. Ja, mal gucken. Das hat im Spiegel nicht später noch passiert. Ja. Ich glaube aber, dass der Teil erst auf der 360 rauskam. Also der erste kann man noch auf der... ähm... Ja, ist ein breit. Ich hab' den 90 Spots. Okay, ja. Ja, ja. Da geht's. Okay. Aber das... Ziel-Ding ist immer noch nie besser geworden. Oh, keine Granaten. Nee, das ist leider nicht. Großes Schlag! Okay, wir müssen ja auch nur Schlag hoch. Oh... 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 Cool. Cool, ich schlag. Okay, hört das recht. Oh, da sieht schon nice aus eigentlich so. Ja, da hab' ich gar nicht so gut gerecht. Der ist gut ja auch überarbeitet, ne? Ja, ja, die wollen alle überarbeiten. Du siehst ja. Nehmen, die müssen schon alle. Äh, naja. Super, der macht auf jeden Fall mehr Spaß als ich davon. Was? Oh, eigener Mann. Kann man lieber noch killen? Ich nehm' das hat Kampfansagen. Nee. Oh. Kann man nicht. Sir, das tut weh. Sir, das tut weh. Wo bist du lang? Hier hoch? Ja, ne? Gut, da geht's hoch? Ja, hier geht der Tippo. Aber Rennen ist immer noch nicht. Nö. Aber du wirst dich auch so schon schneller ein bisschen, oder? Ja, definitiv. Gibt die Kiste auch noch. Was? Hier gibt's eine Kiste. Da liegen überall Kiste. Na, guck mal hin. Hier sind noch fertige Geschütze. Da müssen wir, glaub ich, dran. Ja, Mann. Medi weg. Rechts keins. Nur das eine. Da kommen dann wieder. Links unten. Und wir werden abgefressen. Vielleicht war auch nicht heiß, das Ding. Ey, ich werd von hinten angeschossen. Was ist das? Ja. Jo, ich bin da. Scheiße, ich hoffe, hier kommt keiner mehr. Weiter. Die Animation von der Rüstung ist aber ein bisschen nervig, oder? Ja, ein bisschen, aber auch noch. Lassen Sie sich bitte nicht umlegen, Chief. Ah, guter Tipp. Der ist erledigt. Halt! Wartet, bis es herkommt. Die Waffen machen auch mehr Damage, oder? Die, also... Ich hab die selben Einstellungen wie im ersten Teil eigentlich, aber die fallen schneller um die Suze, oder? Ja. Ist aber richtig so. Das hatte ich ein bisschen angefressen, wie lange die mal stehen. Oh, lol. Teleportation gibt's doch noch. Ja? Alter, ich bleib bei den ganzen kleinen Ecken hängen. Der Movement ist wie dein Ding gewesen. Euer Teams, Einbringling in Abschnitt 2. Mit Adler-Augling. Vielleicht hätte ich nicht runterspringen sollen. Wieso? Ah, doch, bestimmt. Doch, doch. Hier rein. Hier gibt's Granaten, die du einsammeln kannst, mach ich aber sonst. Oh, und die... Die Dudes sterben. One-hit hier. Alright. Oh. Das ist der Ding. Hau ihn weg, Junge. Gleich Schläge. Hey, wie... Dicht mir, hast du die Waffen. Das wirkt auf jeden Fall schon mal deutlich einfacher als das andere. Ja, aber ist ja noch der Anfang, ne? Malta, wie ist ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Da laufen die weg, die Wichser. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Soll das die Erde sein? Das ist die Erde, hat er ja gerade gesagt. Ah, okay. Alter, yo, da oben ist Italien, Alter. Mega. Haben wir die Wettung geballert? Äh, hier bei mir hin. Mach ich doch was. Bin ich tot? Du bist tot? Ja. Ich hab das irgendwie nicht mitbekommen, woran das ist. Ich hab irgendwann schon damit Energie schilden und dann war ich plötzlich tot. Ja, jetzt hab ich aber die Pistole. Ein Dringlinge in Kommunikationsdeck. Boah, sieht die scheiße aus. Ist wieder so ein Geschütz. Wir sind froh, dass Sie hier sind, Sir. Das Laufen ist so merkwürdig, irgendwie. Ja, es ist wirklich irgendwie so slide-y die ganzen Vorliegen, ne? Nicht so... Nicht so direkt oder so. So voll komisch. Neuer Kontakt. Wo ist denn überhaupt meine Energieanzeige? Unten links ist über dem Radar, oder? So wird man die ganze Zeit auf Eis laufen. Alarm! Feinde auf der Kommando Brücke! Oh lol, was war das denn? Ich bin tot. Auf einmal eine Explosion des Todes, Alter. Da kommen sie raus. Da kommen sie raus. Da gehen wir nach. Oh oh, die verlassen die Athen! Die was? Die Athen? Cortana, Lagebericht! Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe! Verdammt, dann muss hier auch alles sein. Chief, suchen Sie die! Chief, suchen Sie die Bombe! Was? Ach, die Bombe. Hier rechts oben geht's, Alter. Ist die grüne Tür? Ist die grüne Tür? Ist die grüne Tür? Hier oben? Alle nicht Kampfeinheiten in die Druktionen! Da kamen wir her. Ah, ok, perfekt. Hier kamen wir her, Junge. Da links geht's weiter. Guck mal, hier werden auch Dings. Oh, da links. Nach da hinten. Hier. Oder? Ne, doch, muss. Was? Ne, warte. Hier kamen wir auch her. Ja! Sag ich doch! Wir können nicht aus beiden Richtungen gekommen sein, also müssen wir dann... Da unten lang. Ja! Boah, Alter, wie geht der denn ab? Der ist krass! Ich hab nicht one-hitted auf jeden Fall. Da musst du aufpassen. Die in der Kampf-Attacken von den Bixxer sind stark. Hier liegt ne Waffe. Ne, ich hab auch... Stirb! Die waren am Anfang zu harmlos. Da war ich zu... ...zu selbstsicher, dass ich da ran gehen kann. Ja! Ja! Der ist unsichtbar da! Hä, der war doch sichtbar! Ja, als wir den angeschossen haben. Der V war doch sichtbar. Hier liegt Muni. Oh no! Setz den Granaten! Die Schwerf! Alle Mann, Protektion hat! Alles ist gut, der fack mich ab. Aber... ...sonst ist alles gut. Okay. Also ich find's sehr schwer mitzugekriegen, dass man viel gehittet wurde. Wir waren nämlich schon, weil wir auch 10% leben. Es scheint. Ja, diese Zoom-Funktion ist auch so mega... ...blöd. Ja. Vor allem von der MP, die... Da ist einfach gar kein Fahnenkleutzer mehr. Vorsicht Granate! Sehr gut! Sehr gut! Hä? Die ist... ...in jede Richtung geflogen, dann ist die umgedreht und bei dir hängen geblieben. Das war ganz weird irgendwie. Gibt's ja eigentlich mehr Waffen? Ja, ne? Bestimmt, oder? Ja, es gibt ein paar neue Waffen. Ja, die... die MP... Die beiden Waffen, die wir zum Start hatten, sind doch beide neu. Die hatten wir doch jetzt... Aber beide nicht. Das... also das Stummengewehr wird geändert, aber die... ...MP der Menschen, die gab's gar nicht vorher. Okay. Ja, das stimmt. Aber ich mein, so geil, der eh den Waffen. Naja. Bisher nicht. Die haben sollte auch nur... äh... ...verändert. Oh, Granate! Oh. Hab ich den gehofft. Für die ganze Zeit mit F. 2. Ah, du kannst auch die... Kisten öffnen, aber du kannst... So? Das hier kannst du machen jetzt. Was? Sehst du das nicht? Du kannst die MPR Duel spielen. Wie das denn? Da steht dann mit C Duel Waffe aufnehmen oder so. C Duel Waffe... Ah, nice. Ist ja lustig. Na los Chief, hier lang! Na gut, auf Entfernung tust du damit trotzdem nichts. Ich war fast an Bord, als die aufhauten. Doch, ich schon. Keine Sorge mehr, wir sind an Bord. Die ist halt da mit der Pistole auf Entfernung... ...und der MPR Kampfjungen. Äh, aber anscheinend sobald du... Guck mal, du kannst auch zwei verschiedene Waffen nehmen. Jaja, ich hab auch Pistole und... ...opolo. Ne, das... ähm... ...wollt du aber eine Nahkampf-Attacke machst, lässt dir eine... ...eine von den beiden fallen. Ah, okay. Weil eigentlich funktioniert mit beiden Waffen. Okay, passt. Klingt logisch. Oh, ich bin hier hängen geblieben. Perfekt. Ist auch so mit dem Dumpfenton, weil wir in Space sind. Alter, wir sind ins Patze. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Wir haben die Zündkapsel. Genau so gleich wie du denn noch. Im Laufschritt. Ja, normal musst du aber sonst für ein Wegfliegen des Todes. Äh, bin ich falsch? Bist du falsch? Sind ich richtig? Ich folge dir. Du hast eine grüne Tür. Das ist so lange her und das habe ich halt nicht so oft gespielt. Und dadurch... Alles klar. Wir... Egal. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Oh, man kann sich doch noch töten. Nichts? Ach ne, äh... Kannst du dir den Helm absp... Ärger. Ja. Und die andere Waffe. LOL. Nein, der hat sie nicht mitgenommen. Oh shit, Granate. Doch, man kann sie killen. Ja, ich hab... Also... Amage haben die bekommen von mir auf jeden Fall auch. Mist, der Granate einfach weggeböllert, ey. Was ist denn das für missgeboten? Nein, nein... Machen die einen auf Spider-Man. Verwirken sie jetzt schon nervig. Oh, lol. Jetzt fliegen die sogar. Die fliegen noch die ganze Zeit. Echt? Alter, das sah aus, als würden die an der Wand rumlaufen. Warte mal kurz. Ich kill die da unten erst. Warte mal. Warte mal kurz. Ich kill die da unten erst. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Bist für dich hier, oder? Ja, ja. Hier kommt doch grad was hochgefahren. Äh. Hallo. Nice. Was? Wer hat denn überlebt? Chief hierher zur Bombe. Chief hierher zur Bombe. Was? Ach hinter uns. Ist auch geil. Ihr sagt hierher, aber dann nicht anzeigt, wo hier ist. Äh, hier nicht. Sehr gut. Ja, von hier kamen wir doch. Loll. Okay. Ja, wahrscheinlich müsst ihr hier das aktivieren, einfach nur, oder? Damit wir wieder runterfahren. An alle. Hier verlassen die Station. Ja, ja. Hier verlassen die Station. War so ein Pelle? Ihr. Ihr eh. Ja. Drücke, er ist. Was ist das für ein Schiff, Junge? Wer baut so was? Ja, das sieht doch auf jeden Fall eher dynamisch aus, oder? Genau. Ne? Oh ja. Soll er da nicht einfach runterspringen? Nur so zur Erinnerung. Bombe. Ne, ne. Nur so zur Erinnerung. Bombe. Nur so zur Erinnerung. Nur so zur Erinnerung. Dual Elienwaffe. Da ist doch eine Glasscheibe, glaube ich, oder? Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Alter Kairo. Konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Das wirkt so, als wenn einer, äh, einfach mal europäische Großstädte gegoogelt hat. Malta. Haha. Malta ist ein Land, kann ich groß schaffen. Das wäre ja Valletta. Aber trotzdem. Äh. Das wirkt so richtig random, wie sie das so ausgewählt hat. Kairo ist auch nicht europäisch. Ja. Scheiße. Haha. Mein Gott. Geografie wieder aufgepasst. Sieht krass aus. Ja, vor allem diese Dropchips oder was da die ganze Zeit fliegt. Gefühlt von Igna immer mehr. Und woher kommen die die ganze Zeit? Gute Frage. Wo müssen wir hin? Hier links? Wo ist es zu? Ich falle? Ja, hier dann. Ich bin irgendwie runtergefallen. Sehr gut. Ich bin wieder da. Wo ist links? Hier bei mir. Hier hier. Ach ja. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas aufhängen müssen. Da ist ein Aufzug. Oh yeah. Kontrollpunkt erreicht, Junge. Spiel fast durchgespielt. Auf und Toast. Sobald du eine Granate wirst. Die Double geht auch. Er ist ja auch schlau. Ah, hier ist das erste Mal so unterwegs. Ja, weißt du. Film. Ärger gehen lassen. Ist das hier die Bombe? Die können klettern jetzt. Ich bin fast tot. Alter, er hat zweimal die... Lauf. Ah, Mann. Das Spiel lässt uns nicht. Die geile Cortana. Ich habe die Bombe nicht ausgemacht. Wie viel Zeit hatten wir noch? Fragen Sie mich lieber nicht. Kairo, hier ist die In-Ember-Glad. Transporter-Schild ausgefallen. Bin in Position. Bereits für sofortigen Angriff. Sie hatten noch fünf Tage. Sie hatten noch fünf Tage. Ich habe auch schon gehört. Der schläft die einfach aus. Läuft bei dem. Bei meinem Fitnessstudio seit Teil 1. Ich weiß was Sie denken. Das ist verrückt. Gut, bleiben Sie hier. Leider muss ich Ihnen sagen. Ich mag Verrückte. Nur noch eine Frage. Was, wenn Sie scheitern? Werte ich nicht. Werte ich nicht. Alter. Häftiger shit. Alter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 aber nächstes jahr verwegt ich hab mir Kopfschüsse gegeben mir oder den? ach man kann auch Glas schießen echt? geil weil die Inversionsscheiß aussieht ich glaub nicht, hier haben sie keine hier ist einfach nix mehr vielleicht ist hier nicht durch die Tür ne, hier auch nicht da ganz oben kommen sie wo ganz oben? bei dir? da unten da wo du doch warst nicht? da kam es aber dahinter ist irgendwie auch nix mehr an ähm ich weiß nicht, Deko oder sonst irgendwas in die Stadt gesetzt, weißt du? hier ist so nix das sieht so leer aus wie falsch aus ich komm doch einfach immer weiter, ne? das ist doch irgendwie das breit ich müsste mal kurz warten bis wir die killen oder so hier hinten gehts auch nicht weiter ja dann warten wir einfach mal vielleicht kommt da irgendwas oder geht mal wo? oder es geht hier lang von wo die kommt das macht irgendwie Sinn, ja ne dann laufst du nur im Kreis bei mir? ja sehen sie, ich sagte doch nicht schießen ne? wir schießen jetzt ne? guck ich hier jetzt halt hier ist ne Tür offniert 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 das chillt äh sehr geil auch Orientierung der Hölle wir ballern jetzt da ich glaub wir müssen doch da hoch dann mal abwarten dann mal abwarten ein toller Punkt erledigt ja wir müssen einfach die Wellen killen wenn die kommen dafür kommen die aber nicht langsam in der Herne, oder? so so oh der Typer ist einfach man konnte die töten, hast du gesagt, ne? ja mit Granate hast du? äh Pflege gehen tatsächlich guck mal hier ist ja nix Haarscharf, Digga irgendwie wirkt das hier so, als wenn irgendwas fehlt, oder? so Action Musik, oder? ja krass Musik Alter, die Wand geht sogar kaputt hier, alter heftig kommt da! oh Gott Granate muss man da draus schießt, oder nicht? ja, das macht mich auf jeden Fall nicht an ja, das macht mich auf jeden Fall nicht an ja, das macht mich auf jeden Fall nicht an ja, das macht mich nicht an ja, das macht mich ja da in der vom vora sind das at das ist die Ich sehe eine brauchbare LZ auf der anderen Seite dieser Gebäude. Dort treffen wir uns. Wo liegt denn hier? Over. Verstanden. Sprengladung am Tor anbringen. Aber nur vierzeits Schuss. Wieso? Sprengladung am Tor anbringen. Aber ich dann eben da vorne? Ich guck mal. Äh, IG. Oh, hier kommt was durch, glaub ich. Links. Hier nicht. Oh, hey, yo, IG, was geht ab? Ich bin weg. Oh, ich bleib mal weg. Ich kann's euch machen, Mann. Zur Hölle mit dir, du Mistkerl. Null. Einer ist platt. Unter dir. Jetzt bei mir. Hier sind die Autos. Tot. Schau, blöd. Dann gehen wir da durch für die Hackern, oder? Ich bin geschlagen, ja. Einigermaßen, unsere Piloten sind tot. Wahrscheinlich sollte der Witz sein. Oh, komm, Sprengladung dran. Und dann kommen die Viecher raus. Gut, dass wir so verpeilt sind und zu blöd dafür sind. Aber wenn die Mission jetzt zu Ende ist, dann auch für dich die Sniper doch wieder bestimmt. Ich glaube, es geht ja gar nicht mit. Alien Sniper, glaub ich. Alien Sniper? Ja, mal guck. Oder ist das das Sturmgewehr? Ich weiß ja gar nicht. Na, das ist das Bindbar. Ist der nicht. Wie sie vom Himmel fallen. Alter, wie die Sterne, du. Ich glaube, hier links drum, oder? Ja, hier kommen auch Gegner. Wo hat denn da? Da oben ist einer, oder? Hä, was ist das denn? Der hat keine Batterie mehr? Hä? Der hat eine andere Waffe nehmen. Ich versteh's nicht. Oh, fuck. Wahrscheinlich geh ich nicht hier reingelaufen. Ich zeig ihn mir nicht auf den Sack hin. Ach so. Uiah. Äh, Chief, ich glaube, das wollte sich ergeben. Green Chiefs Nieder. Ich hab auf welche Geschossen. Achso, nee, das ist ein Marie. die absturzstelle ist jenseits dieses hotels die absturzstelle was ist denn hier viel taschenlampe alter mit taschenlampe sind wir hier im start sind wir jetzt hier bei das buch vor mir genau ja 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 Löwen Löwen Alter, was ist denn ab passiert? Alles klar, ey Was ist passiert? Man direkt die Schilder weg, weil einmal das Schild auf mich geschossen hat da so ein bisschen Ja, aber ein ganzes Schild hat auf dich geschossen Ich glaube, ich werde rausschmeißen, wenn du mitkommst Ja? Ne, jetzt trotzdem weiß ich, dass sie aber nicht kommen So hier, ne? Ich brauche Schlau von ihm, dass er abkommt, ist das hier gestorben Ich weiß nicht, dass er das Ding lebt Ich weiß nicht, dass er das Ding lebt Ich weiß nicht, genau Ich weiß nicht, genau Warte mal, ich guck mal Alien Pike Ja, kann ich Ich weiß nicht, dass er das Ding lebt Jump Hehehe Ehe Wo haben sie denn fragen gelernt? In T4 Ich weiß nicht, dass er das Ding lebt Oh, ich hab so gehört, dass er sich nicht gefühlt hat Ich weiß nicht, dass er das Ding lebt Ich weiß nicht, dass er das Ding lebt Ich weiß nicht, dass er das Ding lebt Alter Junge Wie die sich verstecken, ey Dass die hier absichtlich hingestellt haben, weil man dann mit der Blot abliegt Ich würde sagen, wir haben extra genauso hingestellt, das mache ich durch, keine Ahnung Ghost shoot Der Aim ist aber solide von den Kollegen, ey Der Aim von denen ist aber solide, ey Ich hab ein Schiff Alter, wir sind aber auch gleich schießen da Ah Ich kann schießen da noch Der Schiff Der ist aber geil, dass das Ding nicht mehr fliegt Ich kann nicht mehr schießen da Hau ab jetzt, du kacke Ich fahr weg Oh shit, Wasser Ich bin tot Ja, weil das Ding explodiert ist Hier oben drauf ist glaube ich noch einer Oh, wir haben sogar diesmal einen Pfeil, wo wir hin müssen Ach, tatsächlich, ey Ja, da kommt man nicht hoch Lessen, ja Gar scheiß drauf Alter Fährst du jetzt weg, oder? Ist das denn gewesen, ne? Oh, cool Wollte ich mir machen Der Bot fährt mich Nice Ich lauf hinterher, oder ich werd hin teleportiert Da ist vorbei Ärger Bruder Ich steck mal aus Ihr macht das schon Ist das jetzt auf der Erde, oder ist das auf so einer Weltraumstation? Wir sind in Kairo, hast du nicht zuhört? Also ist das doch auf der Erde Ja sicher Ich bin, ich down Du bist down? Nö, ne Aber ich war etwas überrascht, weil der einfach aus dem Zoom rausgeht, wenn man getroffen wird Alter, was? Ist ja nicht so schlau Oh, was kommt da? Oder? Shit, der Kopf hat was größeres Oh, wie ist der weggeflogen? Hm, die Zun wird langsam Wie nicht Hä? Hä? Äh, ich chat noch nicht so ganz, wann ich lauf bin Gefühlt seh ich diese, diese Dieses Schild um mich herum und plötzlich fah ich tot um beim nächsten Hit Haha Ja, ist doch schwer zu erkennen Ja, das ist echt verschlechtert Dieser Tunnel führt zur Brücke Überall Rücken Trotzdem besser als schwimmen Häftiger Move, ey Krasse Straße, Junge Ganz so heftig Hähäh Hehäh Herha Ist das eins? Naja Hähähäh... Schwein Ist sie eh kaputt glaub ich Ich habe die Kampfgeschichte der Allianz analysiert Doch das war schon kaputt wie ist das nicht Jetzt gehts. Ich hab's ein bisschen geklappt. Oh lol! Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Ja, der darf vielleicht nicht so schlau weg. Und vielleicht nicht so schlau. Alter Junge, er hat mich... Alter! Scheiß dein PC, Alter! Wo kommen die Beine jetzt her? Fick mich einfach weg, ey! Killt mich fast! Da wollen wir ihn gut nehmen können. Ist echt so. Alter, Alter! Geh mir auf den Sack! Don't abfauen die Bixer! Oh lol! Äh? Boah, hab er kaputt gemacht? Ich dachte... Boah, wir killen dann scheinlich. Alter! Der Typ kommt einfach hier drauf. Ich denk, der wär der King. Der hat mich gekillt. Spricht? Ist er da, oder? Hey, gib Gas, Kumpel! Hahahaha! Einfach komplett weggepillert! Der hat ganz schön solide geaimt, ey! Musst du aber erst mal zeigen, dass er da wird. Alter, hier ist glaub ich... Da ist glaub ich ein Auto eben drin. Echt? Ja! Ja! Bleib mal aus und hol ihn in den Fahrer. Der geht mir ja hart auf den Sack, wie der fährt. So. Jetzt fahren wir richtig. Boah, der zieht sich ja gut aus. Das war Todesbeam, ey! Hey, tun sie da aus! Alter, ist auf jeden Fall... ...aimert drin noch. Da führe ich mich wie bei CS spielen, ey. Fuck, ich glaub er in der Lange muss. Ah ne, da... Der ist ja noch so ein Auto, oder? Ja, der kann uns doch grad entgegen... Äh, nach vorne zu groben. Oh lol, der lebt doch! Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie! Musst du denn hier drauf schießen? Ich weiß es nicht! Mach'n Jump! Ja, man! Man sieht eigentlich nicht so schnell aus, oder? Also irgendwie gefühlt... Ne, wir brennen! Ich mein glaub'n... Ja, wir brennen irgendwie ein bisschen. Die sind on fire, Junge! Was ging die Decke, ey? 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 Ich weiß nicht, ob das richtig war, dass wir hier einfach weiterfahren? Aber ich mach's mal! Doch, doch! Ist alles richtig! Ich befürchte, wir hätten diese Dinger kaputt machen müssen! Weil sie ja gesagt hat, wir sollen den Nachschub kaputt machen, oder? Ich hab' keine Ahnung, oder? Ich hab' keine Ahnung, oder? Ich hab' keine Ahnung, oder? Ja, siehste, wir sind richtig... Ich glaube, Gegner... Alle sind richtig... Wir sind... Okay, war gleich tot! Alter, hast du den... Einfach mal richtig geil geslidet! Krasser Typ, ey! Need for Speed! Oh! Fuck, ich hab' ver... Oh! Need for Speed! Oh! Ich wollt' mich umdrehen, hab' dann vergessen, dass ich ja gar nicht... Äh, dass ich ja so lenke! Gut! Wir kommen zur Metropole, und damit beenden wir Folge 1! Bis zum nächsten Mal! Reingehauen! Und da rein!